Schlecht knackern an dem Freitag, weil die nehmen ja immer nur mit den Bitten meistens mehr. Aber die knackern kann es ja auch nicht. Ja, das ist richtig. Willkommen hier Fingerschöne fahren. Wie geht's Fingerschöne zu euch? Komm doch, Fingerschöne. Das stimmt, da gehen alle noch immer so schnell. Da ist es. Na kommen. Wie soll ich die Äpfel hätten da mitnehmen müssen? Ja. 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 Hörst du hier die Autos?